Wenn wir damit zusammen als Team auftreten, geschlossen sind und die Punkte und die Menschen wichtig sind, wenn wir die ansprechen, dann werden wir jede Wahl gewinnen. Ich freue mich auf die nächsten zwei Jahre mit euch gemeinsam für unseren Mittelstand weiterzukampfen. Die MET ist wichtig als Stimme der Wirtschaft innerhalb der CDU, damit auch wir die richtigen Akzente setzen, damit sich unser Unternehmen, unser Mittelstand in Nordrhein-Westfalen positiv entfalten kann. Das ist ein gutes Signal für Unternehmer in Nordrhein-Westfalen.